Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. Ja, letzte Folge ist schon für mich zumindest eine Weile her. Kaufen Sie ein neues Land? Ne danke, war jetzt nicht. Mir ist aufgefallen, überall brennt es, aber die Feuerwehr, die kommt immer zu spät. Fährt sie jetzt da hin? Jawohl, hier fährt sie hin. Ok, ich habe gemerkt, durch diese Kreuzung kommt die Feuerwehr immer zu spät. Man muss hier quasi eine Verbindung von oben nach unten schaffen, weil jetzt muss ich den ganzen Verkehr hier durchquetschen. Das heißt, ich überlege, wie ich diese Straße mache. War ja ein bisschen ein Tunnel, das ist das Einfachste. Da spüren wir kurz anhalten. Nehmen wir das Kurventool, wenn das funktioniert. Ok, das funktioniert, cool. Dann geht die Straße hier wieder rauf. Sollte sie. Ok, geht jetzt nicht. Warum geht das nicht? Weil hier ein Pferd ist von der Brücke, ok. Dann gehen wir kurz an die Uhrfläche. Ja genau, ich habe jetzt schon eine Idee, wie ich das mache. Und zwar hier. Müssen wir doch gehen, oder? Wir gehen nur gerade in den Straßentunnel. Ach so, ob jetzt gehen? Komischerweise. Wir gehen mal den gebogenen Straßentunnel. Ha! Wir sind jetzt beide sehr unglücklich. Aber so funktioniert es gleich besser. Oh. Ui, da haben wir eine schöne Schneese reingeschlagen. Ja. Ok, jetzt bin ich aber gespannt, ob das jetzt besser funktioniert. Die können wir auch verschwinden lassen im Tunnel. Hier ein paar Bäume pflanzen. So, fällt gar nicht mehr auf. Noch Häuser werden auch schon gebaut. Sehr schön. Da ist auch ein bisschen Bauland verloren gegangen. Das müsste es gleich funktionieren. Aber fährt die Feuerwehr da rüber? Ne, fährt sie nicht. Schade. Das wäre eine viel kurze Linie. Aber den Busverkehr könnte man hier durchleiten. So, wo ist der Busverkehr? Ja. Da oben. Er fährt hier entlang. Ok, das stört jetzt keinen. Ok, das kann man so lassen. Ja, das lassen wir einfach mal so. Mal schauen, was das bringt. Ob die Straße auch genutzt wird. Ob die Straße auch genutzt wird. Die Bäume dann auch mal. Jawohl, ein paar Autosphären. Wir fahren hier durch. Sehr gut. Auch die Traktoren benutzen die Straße. Auch die Traktoren benutzen die Straße. Ist klar, ist ein viel kürzerer Weg für die Traktoren. Ok, hier gibt es schon wieder einen Stau. Was ist hier los? Ok, die Feuerwehr steckt immer im Stau. Ist doch nicht mehr feierlich. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe ein bisschen Bullshit gemacht. Ich wollte eigentlich die Eisenbahn von hier noch dahinter bringen. Aber jetzt wird das Ganze ein bisschen eng, würde ich sagen. Wenn ich mit der Eisenbahn hier anfange, vielleicht geht es eh. Aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ok, das geht mal nicht. Ok, so wird es gehen. Das wäre jetzt nur der Güterverkehr. Den werde ich so rüberkriegen. Personenverkehr, Personenzüge. Da müsste ich ein bisschen umbauen. Ich überleg gerade. Irgendwie so eine Art Schleife bauen. Das dann hier rüber geht. Also quasi, ups, falscheine. Hier so Connectner. Ok, das geht wohl nicht. Hier vielleicht. Geht auch nichts. Ah, ich nehme das mal weg. Na, jetzt so. Ok, sorry. Da vorne ist jetzt ein paar Häuser weg. Aber da kann ich jetzt leider nichts dagegen machen. So. Gehen wir eine Etage höher. Mal schauen, ob das funktioniert. Ist zwar jetzt nicht so schön. Oder ich gehe gleich auf die Seite drüber, wenn es geht. Geht das irgendwie. Ah, da ist immer die Autobahn im Weg. Ok, da müsste ich. Dann müsste ich. Äh, hier fliegen wir kurz. Äh, vielleicht weiter hinten anfangen. Hier in der Tour. Okay, das wird natürlich nicht gehen. Mal mal. So. Ah, das wäre zu schön, wenn das gehen würde. Gehen wir es nochmal. Eins höher. Was ist dein Weg? Ah, die Straße ist im Weg. Ok. Probieren wir es hier mal. So. Willst du oder willst du nicht? Warum geht es jetzt nicht? Was ist dein Weg? Die Autobahn. Mann. So gefällt es mir nicht. Da ist die Kurve viel zu schnell. Wenn wir es hier machen. Okay, da haben wir wieder zu viele Straßenpfeiler. Äh, Straßenpfeiler, sag ich. Ähm, Schienenpfeiler. Und ich mache es hier einfach unten durch. So, steht oben drüber. Und doch, das wäre so. Das könnte auch gehen. Okay, genau. Da ist auch wieder die Straße im Weg. Schade. Okay, das fädelt so steil. Das fädelt so steil. Was könnte ich hier machen? Ähm. Ich überlege mal kurz, was könnte ich hier machen? Ähm. Ha, Idee. Okay. So. Spiel kurz anhalten. Jetzt geh jetzt mal weg wieder. Ist mir leid. Jetzt fährt der Güterverkehr mal kurz. Äh. Was ist denn nichts? Ha. Okay, bei gerade Schiene. Okay, was ist jetzt los? Ich kann jetzt nicht mal gerade Stück bauen. Warum geht das nicht? Also, weil Schiene hier in der Luft ist. Also, das hier abreißen. Genau. Jetzt ist bis zum nächsten Pfeiler abgerissen. So. Genau. Jetzt gehen wir eine Etage höher. Okay, da fährt jetzt die Gebäude weg. Tut mir leise. Dann gehen wir da her. Ja, wenigstens länger ziehen. Okay, und jetzt gehen wir wieder eins runter. Und jetzt. Kann ich hier. in eine Weiche einbauen. Ha, das funktioniert so. Aber mitten in das Wohngebiet. Das ist nicht schön. Aber ich mache es hier am besten. Okay, hier geht auch nichts. So. Wie geht das? Ach komm, bitte. Geht nicht. Schade. Machen wir es. So. Ha, geht doch. Sehr schön. Also, schön. Schön ist was anderes. Okay, hier hat es ein bisschen übertreten. Kann man ihn abreißen. Okay, ist wieder ein bisschen zu schnell. Das soll ja schön sein. Genau bis zu der Kante, wenn es geht. Da sind wir gleich genauso weit wie vorher. Und das eins kürzer. Das gleiche nochmal. Mann. Jetzt reiß ich hier noch 25 mal ab. Genau bis zu der Kante. So, und jetzt. Ja, okay, jetzt können wir es lassen. So, Güterverkehr. Was ist da los? Okay, der Zug fährt rauf und hier wieder runter. Sehr schön. So, und dann kann man auch hier anschließen. Ich muss einfach was noch nicht tun. Ah, das geht wieder nicht. Natürlich nicht. Ach komm. So wird es gehen. Okay, das war doch ein Fehler von mir. Ich muss hier ein Stück gerade machen. Dann hier anschließen, genau. Und jetzt. Jetzt mache ich hier die Weiche rein. Wenn das geht. Ah komm. Nee, nicht so rum. Andersrum. Okay, machen wir das zu viel weiter rein. So schön, wenn die Kurven alle gleichmäßig sind. Ah, ich wollte genau über die andere Schiene drüber machen. Ah. Okay, kann man es lassen. Nee. So, es geht die Schiene. Geht's. Ah, natürlich geht's nicht. Die machen wir so. Das geht auch nicht. Schade. Können wir auch ein bisschen anders ansetzen. So, mal kurz schauen. Na ja, so schlecht schatz kann ich das. Würde ich jetzt sagen. Die Schiene. Ah, schade, dass man nicht übernommen werden kann. Ah, geht die? Kann sie eins runter machen? Ah, natürlich nicht. Muss ich so hoch bleiben. Schade. Na. Na. Ah, geht doch. Sehr schön. Okay, dann macht sie eine Kurve. Okay, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Weil... Ist wieder ein Pfeiler. Ja, ich hab's gewusst. Okay. Das geht nicht. Ja, falls ihr die ersten paar Minuten vom Spiel geskippt habt. Wir sind ja nicht beim Eisenbahn-Simulator 2015. Sondern immer noch bei City Skylines. Ich baue einfach nur gern Eisenbahnen. So. Okay, dann baue ich einfach hier rum. Bin jetzt einfach... ganz schmerzfrei. Na? Ne, ist wohl nichts. Aber so. Genau. Sie stehen jetzt nicht mehr auch da. Steckchen. Ups. Steckchen vor. Na, warum verbinden sich die da immer? Jawohl. Ist ein bisschen ineinander geschlungen das Ganze. Oder... Ich überlege gerade, vielleicht baue einfach hier das Ganze nochmal um. Okay, das ist die Zufahrt zur Autobahn. Die mache ich so. Okay, so gehts nichts. Na? Eins runter. Okay, so gehts auch wieder nichts. Und dann... Ich gehe erst mit den Schienen nochmal entdecken. Und dann so. Und dann so. Ach ja, das kann man belasten, würde ich sagen. Zwar ein bisschen... 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 Enge Kurven radieren. Aber... Aber... Hier gehts wieder nicht. Ah, schade. So mal. Na, ich will möglichst lange Abfahrt haben. Dann wird die... 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 Die Schiene auch nicht so schnell. Umso länger die Abfahrt ist. Nee. Ich muss einfach mal nö. Das Ort ist bereits belegt. Vor wen? Von... 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 Mit dem Pfeiler. Ah, ich... Das zeige ich nicht, oder? Ach so. Okay, das lassen wir weg. Jawohl. Ist nicht zu steil. Bisschen kurvig das Ganze. Muss ich aufpassen, dass ich die... Zwei... Schienen... Nicht irgendwie durcheinander krieg. Denn... Äh... Wie ist jetzt was? Okay, das untere ist Personenverkehr. Das obere ist der Güterverkehr. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie eine Verbindung schaffen. Von hier... Darüber. Das ist ein Zug, der wo... Ähm... Hier Personen oder hier äh... Güter lädt. Auch dann hier rüberfahren kann. Das wäre natürlich noch cooler. Hier Güterverkehr. Das wäre glaube ich kein Problem. Wäre einfach hier eine Schiene rein. Oder hier eine Kurve. Äh... Überleg grad hier so irgendwie. Okay. Wahrscheinlich hier ein Licht. Okay, das geht auch nicht. Ähm... Personenverkehr. So. Jetzt müssen wir dann hier... Ach komm. Hier. Geht das nicht. Aber hier die Schiene schon nach unten geht. Jetzt sagen... Dann... Dann hebe ich die Schiene nochmal ein bisschen auf. Okay. Okay. So. Und jetzt gehen wir direkt... Okay. Direkt... Da hin. Okay. Ist ja noch viel... Ein Knick drin. Dann gehen wir gleich mal korrigieren würde ich sagen. Jawohl. Gleich ein bisschen schöner geworden. Hier noch ein paar Bäume ansetzen, die hier fehlen. Ja, super Schall würde ich sagen. Okay, Güterverkehr. Den kann man jetzt hier anschließen. Ich hoffe zumindest. Okay. Okay. Dann nicht. Dann kann ich hier irgendwie... Okay. Ich glaube, der könnte es einfach... Einfach zu stellen. Wenn von hier... Dann kann ich hier auch nicht. Ah... Umsonst. Ein Personenverkehr könnte jetzt funktionieren. Und zwar könnte ich jetzt von... Von hier... Warum geht das denn nicht? Ich verstehe es nicht. Wieso? Weshalb? Warum geht das nicht? 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 Warum gehen wir mal weg? Wie geht das nicht? Ich muss da doch mal weg! Ah, die ist da schon mega heftige Kurve. Aber... Züge haben auch ein Tempo Limit... Würde ich jetzt sagen... Ich könnte auch nicht irgendwie gleich schnell fahren... Ah komm, die Endkurve machen wir noch Versteh's nicht, warum geht das nicht? Ist das hier? Ah, hier ist der Park Komm, den Park mal weg Tut mir leid, sonst werden alle unglücklich Ich weiß Ah, es muss gehen Okay, dann, 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 was machen wir denn? Ich muss weg machen Tut mir leid, dass wir es abbreißen tun Uff, was ist das für eine Brücke? Jetzt hast du mir zwei ins Niedrige Aber vielleicht funktioniert sie jetzt Okay, natürlich nicht Denn ich habe schon eine Idee, warum es nicht funktioniert Ich sehe, dass die Kurvenreide zu groß ist Ich muss einfach so Okay, geht natürlich nicht So geht's auch nicht Ah, hier ist die Autobahnabfahrt wieder im Weg Ja, wie ich es gewusst hätte Ah, jägerlich Na komm, bitte Oh, das ist bereits belegt Ja, von wem denn? So geht's aber Ja, okay Hier ein Licht Noch mal abreißen Tut mir leid Könnte jetzt auch Ähm Schiene ich reiß ich jetzt mal ab Ich hätte hier eine Brücke gehabt, ne Kulle Warum kippt das jetzt wieder nichts? Ab und zu verstehe ich das Spiel nichts Okay, so passt schon hier Ja Auch wieder ziemlich schnell das Ganze So weit ist wieder einen halben Kilometer an Schienen weg Ja, okay Jetzt haben wir ein paar Gebäude opfern müssen Für die Infrastruktur Nee, nicht so rum Andersrum, bitte Ich verzweifle noch, worum geht das nicht? Kann man schon decken, warum? Okay, ist wieder ein Knick drin Ups Entschuldigung Ich habe ja die Idee, wie es geht Okay, es geht zwar jede Menge Gebäude drauf Ah, schon über 25 Minuten Ich wollte die Folge eigentlich nicht so lange machen heute Ich wollte eigentlich nur ein paar Schienen verlegen Ich wollte eigentlich nur ein paar Schienen verlegen Okay, ich probiere jetzt mal andersrum Ich lege eine Schiene da hin Ich lege eine Schiene da hin Ups, ne Das Blöcventool wäre schon besser gewesen Ha! Und jetzt lege ich von hier eine Schiene da rüber Warum geht das jetzt wieder nicht? Ab und zu will mich glaube ich das Spiel ein bisschen verarschen Ach so geht's? Ja, darüber will ich auch nicht fahren Ich will eher von hier Ah, komm Jawoll Das von hier Will ich da anschließen? Irgendwie Oder von da So Das ist vielleicht ja durcheinander Jedermenge Schienen So Jawoll Jackpot Ein bisschen mehr Screenshot wert würde ich sagen Der Zug noch ein bisschen weiter fahren Ups Der nächste Zug kommt auch schon So, würde ich sagen Ein kleines Screenshot So 12 Sehr schön Dann Würde ich sagen War es sie von dieser Folge Ich hoffe ihr schaltet das nächste Mal wieder ein Wenn es heißt Let's Play City Skylines Macht's gut Bis dann Ciao